Und im Moment sind wir als Gesellschaft in so einer Phase. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ganz viele Menschen lassen gerade so in den letzten Jahren alles los, was sich nicht mehr gut anfühlt. Also wir fühlen uns alle, als Gesellschaft befinden wir uns gerade wie in einer kosmischen Waschmaschine und alles, was nicht mit Wertschätzung zu tun hat, was nicht auf Liebe aufgebaut ist, sondern auf Bedürfniserfüllung oder einen inneren Mangel, all das fühlt sich zunehmend eng an und wird zunehmend schwer erlebbar, ob es der Job ist oder Freunde oder was auch immer. Und das lassen die Menschen jetzt los. Und etwas anderes Tolles passiert kollektiv. Die Menschen vergessen immer mehr. Das ist eine ganz spannende Feststellung von mir. Ich liebe diese Frage, wenn ich so mit Menschen zusammen bin. Wer von euch hat den Eindruck, immer mehr zu vergessen? Dass wir Zettel brauchen, um uns wichtige Dinge aufzuschreiben, weil sie sonst weg sind. Unsere Aufmerksamkeit kommt immer mehr, wird immer mehr ins Hier und Jetzt gezogen. Energetisch. Und die Vergangenheit spielt immer weniger eine Rolle. Auch die Zukunft ist total egal. Die Menschen werden wie magnetisch in dieser Zeitqualität im Moment ins Hier und Jetzt gezogen. Und das ist, das ist mega. Da mussten andere früher 20 Jahre meditieren, um da hinzukommen. Ja, also da, das muss ich sagen, da hat mich auch ein Punkt enorm überrascht. Wir haben ja jetzt diese ganze Pandemiezeit durchlebt, die ja irgendwie zweieinhalb Jahre ging, unglaublich intensiver. Und jetzt ist die gefühlt vorbei. Und die ist auch von mir jetzt, wenn ich jetzt von mir spreche, emotional so weit weg, dass ich denke, jetzt ist alles anders, alles neu. Also das ist so ein richtiger Neustart. Jetzt ist ja auch noch Frühling, jetzt kommt es noch mehr oben drauf, die Bäume blühen und alles. Aber wie schnell das ging. Ich hätte mir nie gedacht, dass es dann plötzlich so schnell geht. Wie siehst du das, was im Außen passiert zu dem, wie wir uns im Innen fühlen und wie das zusammenhängt? Also ich hoffe, dass ich das jetzt hier sagen darf, aber die Pandemiezeit war für mich eine der spannendsten Zeiten, denn ich hatte endlich wieder Triggerknöpfe. Also mich hat das alles extrem getriggert und ich war komplett aus dem Häuschen, weil mir plötzlich Dinge bewusst wurden, die ich früher nie wahrgenommen habe. Da habe ich einfach nie hingeguckt und stand dann das allererste Mal auf einer Demo von Wasserwerfern in Berlin. Und einfach nur, um die Erfahrung zu machen, das war ein Gefühl in mir, Anke, wenn du da jetzt nicht hinfährst, das erlebst du nie wieder in deinem Leben. Das ist eine Chance, eine Erfahrung zu machen, die ist gigantisch. Und so ging das dann weiter. Also ich war da ein ziemlicher Rebell in dieser Zeit und das ging so weit, dass ich mir überlegt habe, was ist, wenn die mir androhen, mich ins Gefängnis zu stecken? Wie würde ich dann damit umgehen? Und meine Reaktion war, oh, Gefängnis, das ist ja spannend, war ich noch nie. Das ist eine spannende Erfahrung. Also jetzt einfach mal, um zu beschreiben, wie ich mittlerweile ticke, weil ich vor nichts mehr ausweiche. Und mir hat das in dieser Zeit sehr viel Freude gemacht, auch in eine innere Gegenbewegung zu gehen. Ich habe gemerkt, dass aus mir heraus ganz viele Themen mir bewusst wurden, die ich mir angucken konnte. Und jetzt ist das Thema komplett abgeschlossen. Und egal, was da draußen gerade passiert, ich füttere diese Ebenen nicht mehr mit meiner Aufmerksamkeit. Ich nehme sie wahr, also ich gucke nicht weg, ich ignoriere sie nicht, aber es ist eher wie so ein neutrales Wahrnehmen. Und bin jetzt wieder in meiner, Gott sei Dank in dieser Position, macht mich das, womit ich mich gerade beschäftige, glücklich oder nicht? Muss ich mir also negativ Nachrichten reinziehen? Bringen die mich weiter? Gehören sie vielleicht zu meinem Lebensplan? Bei mir kommt ein klares Nein. Also nehme ich sie wahr und beobachte neutral. Kommt aber dann zum Beispiel ein Impuls, ich würde jetzt gerne, was weiß ich, Flüchtlinge aufnehmen bei mir zu Hause. Dann würde ich diesem Impuls folgen. Kommt der nicht, dann nicht. Also ich höre ganz stark auf meine eigenen inneren Impulse, auf diese innere Stimme, die mich leitet und führt. Um das ganze Interview kostenfrei weiterzuschauen, besuche einfach diese Website funfrieden.de oder klicke auf den Link in der Beschreibung.